Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute fangen wir an mit einem neuen Command. Und zwar machen wir heute einen Slash-Ping-Command. Dann fangen wir gleich mal an. Wir machen uns eine neue Klasse. Nennen wir ping-zünde. So, wenn wir den Command erstellt haben, dann fragen wir erst mal ab, ob der Spieler ein Player ist. Wenn er es der Fall ist, passiert das. Wenn nicht, sagen wir ihm einfach äh, du ein Spieler sein. So. Dann sagen wir noch, äh, fragen wir ihn noch ab. Äh, wie groß die Länge, die Argumentenlänge ist. Das muss eins sein. Wenn es aber nicht der Fall ist, sagen wir, wir den Sender. Ja, sagen wir so. Äh, Slash. Okay. So. Danach sagen wir, was der Player ist noch. Na, kein neuen Player. Und so. Dann machen wir uns hier eine kleine Methode. Okay. Hier machen wir. Äh. Intenture. Get. Pin. Pin. Play. P. So. Da sagen wir jetzt. Craft Player. Craft Player. Pin. Ne. PC. Also. Pin Craft Player. Ist gleich. Glambe. Craft Player. P. So. Ja, sagen wir jetzt. Entity. T. T. Player. Pin. Ist gleich. Äh. PC haben wir es genannt. PC. Punkt. Handel. Und dann sagen wir einfach. Return. Pin. Punkt. So. Jetzt sagen wir hier. 5% Message. Dann sagen wir hier. Und da. Ne. Und 6. Du hast. Ein. Nur wie sehr. Um hier. Du hast. Ein. Ping. Von. C. Plus. Get. Ping. P. Plus. Und. 6. Ne. Wollen wir machen es. Wir machen es auch noch in der Kirchenfarbe. MS. 6. So. Hm. Komm. Wir machen es auch noch gleich. Wir machen es noch für einen anderen Spieler. Äh. Sagen wir jetzt. Naja. Nicht so. So. Sagen wir. Wenn es. Axe. Gleich. Gleich. 2. Ist. So. Fragen wir ab. Bucket. Punkt. Bucket. Player. Dann. Der Name. Äh. Axe. Null. Null. Also wenn der Spieler auf dem Server ist. Also wenn der Spieler auf dem Server ist. Äh. Äh. Sonst sagen wir wieder. Äh. Dieser. Spieler ist nicht. Online. So. Wenn der Spieler online ist. Sagen wir. Der. 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 Spieler. Und. B. Plus. Axe. Null. Plus. 6. Hat ein. PING. Punkt. Punkt. Paket. Punkt. Get. Player. Axe. Null. M.B.S. So, dann registrieren wir es noch in der Main-Klasse, ping, ping cmd und dann machen wir es auf den Server und wir sehen uns gleich wieder. So, und wir sind jetzt auf den Test-Server und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an und das Plugin zu testen. Ich mache das hier mal ein bisschen größeres Bild. Jetzt zeigen wir es gleich ping, Benutzung, ping, warum? Ja, also ich habe jetzt einen Ping von 0ms, weil es halt ein Localhost-Server hier. Dann ist klar, dass ich einen guten Ping haben sollte. Ähm, ja, also eigentlich müsstet ihr jetzt da, wenn ihr jetzt auf den richtigen Server macht, irgendwie 26 oder keine Ahnung was ihr für ein Internet habt. Da stehen halt. Ähm, ja, also, ich habe jetzt hier einen Ping von 0ms. Dann, wenn ich jetzt sage, irgendwann später. Na, das geht dem Mann. Da habe ich was falsch entschieden. Na, na klar. Das müssen wir eigentlich auch so aussehen. Also, wenn ich jetzt gleich Ping mache, geht das. Und wenn ich jetzt sowas mache, dieser Spieler ist nicht online. Dann hole ich jetzt mal ganz schnell einen zweiten Account drauf und wir sehen uns gleich wieder. Ja. So, jetzt mit einem zweiten Account auf den Server machen wir jetzt, äh, Slash-Kirik. Und der Spieler Kirik hat einen Ping von 0ms. Wie gesagt, das ist klar, dass da jetzt 0 steht, weil es ein Localhost-Server ist. Ähm, ja. Mh, das war's dann auch wieder von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, oder, äh, etwas genauer wissen wollt, oder dass ich was vorstelle, dann schreibt es in die Kommentare. Oder addet mich auf Skype und schreibt es mir da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao.